Ich muss die Wunde verbinden. Okay, jetzt muss ich heilende Ressourcen finden. Welche Bären, wo hast du die gesehen? Ach, hier vorne, dieser kleine Busch. Ich brauche einen Verband. Eine Hinterlassenschaft aus dem Kaltenkrieg. Das trägt Trinity darum. Müsste reichen. Mehr mongolische Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück zum Bären, ne? Und zeigen dir mal, wer hier der Boss ist. Wollen wir jetzt den Bären vergiften, oder was? Das ist auch nicht gerade human. Ah ja, gut, Leute, ne? Wir sind alle Tierfreunde. Wir töten zwar gleich einen Bären, aber ansonsten... Great Peace und so, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das machen kann, aber anscheinend schon. Ich habe einen Vogelnäß runtergeschossen. Kann ich hier runter? Oh Gott, nicht so weit! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Drei Federn, ich habe gerade das Vogelnäß runtergeholt. Da sind doch wohl mehr als zu drei Federn drin, oder nicht? Kann ich den Fall eigentlich wieder aufsammeln? Nö, ne? Nö, natürlich nicht. Oh, was ist denn hier? Hab dich! Ich bin jetzt Fange. Mit Pfeilen. Ich bin jetzt Fange. Mit Pfeilen. Sorry. Ich wollte den anderen erwischen. Tut mir leid. Schwein gehabt. Kriegte ich noch. Aber erstmal brauche ich wieder Pfeile. Oh, warte mal, hier war gerade was. Was? Wie kann ich was craften? Halt die Fresse! Mir fehlt Holz, oder was auch immer das ist. Ah! Ich glaube, das kann ich ihm machen. Ja. Achso, ich crafte instant fünf Pfeile. Ja, geil. Achso, hier war mein Versteck, okay. So, wo ist das Vieh? Warum wissen die Tiere, wenn er sich abballen will? Er hat sich gerade einen Kopfschuss gegeben. Ich habe ihn von seinem Leid erlöst. Dass ich ihm selber zugeführt habe. Ahem. Ich bin der Gute hier. Ich höre noch irgendwas rumjammern. Ich muss dieses Tier von seinem Leid erlösen. Holy Shit, Alter. Die armen Viecher. Oh, dann liegt was. Kann ich jetzt hier noch irgendwas anderes machen, oder bin ich jetzt einfach nur hier, um irgendwelche Viecher zu jagen? Würde mich mal so ein bisschen interessieren. Oh Gott, ich glaube hier ist ein Bär drin. Und ich gehe da rein ohne Pfeile. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Aber hier kann ich Pfeile holen? Ja. Scheiße, ich brauche noch mehr. Hier muss doch noch irgendwo was sein. Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass selten noch was ist. Da werde ich gleich mal hingehen. Hat nicht so gut funktioniert. So, nochmal hier hin, nochmal hier hin. Ja, okay. Okay. Ich suche jetzt Holz. Ich meine, ist ja nicht so, als wäre das so selten ist hier in einem Wald. Aber trotzdem. So, ich habe zehn Pfeile. Warte, da kann ich hier. Ah ne, warte, hier ist nichts. Habe ich hier noch irgendwo Pfeile? Das sieht nicht so aus, ne? Ne. Einfach besser mal weiter, ne? Ich weiß, vielleicht wächst das Holz dir nach. In der Zeit, in der ich hier bin. Ich werde hier denke ich mal noch ein bisschen länger rumgammeln. Oh, warte mal, da war gerade was. Pilze. Noch mehr Pilze. Warum umdrehen? Hier wird doch bestimmt noch etwas sein. Das sieht mir nach einer Wolfshöhle aus, so ein bisschen. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab, so gut es ging, versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Okay. Fucking Minecraft, yo. Oh, da ist auch noch was. Ich denke mal, das muss ich abfackeln, dann komme ich hier auch irgendwann weiter. So wie da. Aber ich denke mal, jetzt kann ich noch nichts machen, deswegen verpissen wir uns mal wieder von hier. Den Ort merke ich mir mal für später. Na gut, warum sage ich das? Ich werde den Ort hier unten eh vergessen, also von daher ist alles cool. Machen wir einfach mal weiter. So, ich muss jetzt einmal zurück ins Lager und irgendwas herstellen mit dem Giftpilzen. Wir werden den scheiß Bären sicherlich vergiften. Arme Sau. YOLO! Heuleule, das funktioniert. Egal. Okay. Keiner, was ich jetzt machen muss, aber das mache ich glaube ich von alleine. Giftpfeile. Okay. Ich habe jetzt zwei Giftpfeile. Okay. Kann ich auch davon was herstellen? Okay. Was brauche ich dafür? Holz und Verbände. Der wäre eigentlich relativ gut, genau wie der hier. Hierfür muss ich einfach nur Tiere töten und Verbände sammeln. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch mehr Verbände herkriege. Egal. Kann ich hier was upgraden? Ach ne, ach Gott, hier brauche ich auch noch die selben Teile, ne? Ja. Uff, was mache ich denn hier? Hm. Ich könnte aber das hier nehmen. Aber dann könnte ich mich nicht mehr heilen. Ressourcenliste, Stoff brauche ich dafür. Frage ist, wo kriege ich Stoff her? Hehehehe. Stoff. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich das Outfit mal wieder zum Standard-Outfit machen soll. Ich glaube, das war das hier, ne? Ne, das hier war das, glaube ich. Oder? War das das hier? Ne, das war rot, ne? Ne, das ist weiß. Ich glaube, das hier müsste es gewesen sein. Ne, das ist auch nicht. Ne, die sieht so merkwürdig aus. Geistweber-Outfit. Ich weiß nicht, welches Outfit ich anhatte. Expeditionsjacke. Das müsste es gewesen sein, glaube ich. Ja, ja, ja. Das müsste es gewesen sein, glaube ich. Ich habe es von vorne nur nicht so richtig gesehen. Aber es müsste es, glaube ich, sein, das Standard-Outfit von Lara. Ich muss mich ausholen. Ah. So kalt. So müde. Nein. Du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen? Nach allem, was ich für dich getan. Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages. Lass du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Lauf weiter! Los! Wir haben sie! Lauf weiter! Los! Schnappt ihr euch! Schnappt ihr euch! Spannende Musik Alle Teams melden. Wie ist die Lage? Over. Hier ist noch ein Camp. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Over. Ähm, RIP, ne? Kann ich da eine Pistole mitnehmen? Ey, da hat er eine Pistole gehabt. Nehmt die Pistole mit. Warum habe ich von ihnen einen Pfeil gekriegt, aber keinen? Alles halb so wild. Wir sind ja gut in diesem Spiel. Wir brechen zwar den Bösen das Genick andauernd, aber hey. Wir sind die Guten. Wer sind die Guten? So, wo muss ich hin? Letten, okay. Let's go. Shit. Macht Meldung. Wir Einheimischen haben Seilpfeilen gestellt. Wir haben gelernt, dass wir ihm folgen. Das war gar kein Rückzug. Das war eine Falle. Wir sind... So, und hier kann ich jetzt irgendwie die Pfeile wechseln. Wow! Okay. Ich weiß Bescheid. Credits erhalten. Andurch Erkundung. Wie heißt die Credits? Kann ich in-game verwenden? Ich habe nämlich eine ganze Menge von diesen Karten. Also wirklich eine ganze Menge. Ich muss mal gucken, wie ich die benutzen kann. Okay. 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 Wir haben ein Aufstandsbekämpfungsprotokoll. Er sprengt den Zeitplan. Konstantin wird nicht begeistert sein. Ist aber besser, als sich im Dunkeln abnahmen zu lassen. So, vom rein logischen her müsste ich jetzt ein Sturmgewehr haben. Weil die Typen ja... Ey, die ja waren voll bewaffnet. Warum kann ich die ja in Waffen nicht einfach nehmen? Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Es waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Okay. So richtig monoton. Kann ich was mit den Generatoren machen? Okay. Einfach mal hingeschmissen. So, haben wir doch irgendwo was. Was kann ich mit den Generatoren machen? Kann ich die anmachen? Oder einfach nur kaputt schießen? Ach, egal. Oh, shit. Alle Teams auf den Aufnahmen. Die Einheimischen haben im Wald fallen gelegen. Okay. 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 Okay.